ja hallo herzlich willkommen zu diesem kleinen iso test und zwar wollte ich mal den kleinen sensor ein bisschen quälen und habe mir gedacht mensch da soll er mal beweisen wie ist denn das nur mit iso rauschen alle reden ja einmal wie schlimm das ist wir haben hier ja bedeckten himmel das wetter ist ja nicht so doll und da ich mir doch mensch dann kann ich noch mal so eine kleine testreihe durchführen und habe dann eben wie gesagt so einen test gemacht von iso 25 1600 stufenweise runter daneben bis iso 64 den den shutter habe ich der kamera überlassen und wie gesagt ich habe dann zwei test rein gemacht einmal blende f29 wie gesagt das ist maximum bei den 2000 mm auf vollformat oder 1000 mm mft hier ist der zweifach converter drauf und natürlich den internen converter habe ich auch dazu geschaltet damit eben die schlechtesten bedingungen herrschen und habe dann wie gesagt von 25600 iso bis 64 runtergeschaltet ja und dann könnt ihr euch ja mal diese testreihe angucken wie der kleine sensor sich geschlagen hat und wünsche ich euch viel spaß mit dem video okay ciao ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.